Servus Leute! Beim letzten Mal hatte ich schon gefragt ob es irgendjemand interessiert wie der derzeitige Stand meiner Tabakbar ist. Da die Reaktionen immens waren teilweise, also sogar per PN. Da werde ich das jetzt mal nachholen, auch weil es natürlich für mich immer eine kleine Freude ist. Da machen wir uns nichts vor und in uns allen steckt immer noch der jäger und Sammler. Mittlerweile hat sich doch ein bisschen was bei mir angesammelt. Hier und da muss ich selber zugeben habe ich auch den Überblick verloren. Also wir schauen uns jetzt hier mal meinen Apotheker Schrank an. Der Apotheker Schrank ist von oben bis unten voll mit Tabak. Das könnte eine Weile dauern. Deswegen zündet euch am besten selbst eine Pfeife an. Wer bis zum Ende hin durch hält, kann ein größeres Füllvolumen sein. Ich werde euch jetzt auch mit nach vorn nehmen, damit wir uns Stück für Stück die einzelnen Fächer mal genauer anschauen. Der Vollständigkeit halber, hier ganz links ist Putzmaterial. Jetzt fangen wir an mit der ersten. Silims Black. Also das, was ihr hier seht, sind die Sachen, die ich schon geöffnet habe und geaucht habe. Wir kommen dann noch zu den geschlossenen Sachen. Silims Black kann ich nur empfehlen. Ist ein guter englischer Aromat. Aromatisierter Engländer. Obwohl ich aber den Fauen, den englischen Vanilla, ein bisschen besser fand. MacBaron Dark Twist sind hier zwei verschiedene Versionen drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müssen wir mal schauen. Und zwar ist das der aktuelle Dark Twist, hier schon ein bisschen zerprüngelt, den ich sehr gut finde und ein sehr, sehr, sehr alter Dark Twist. Also mindestens zehn Jahre alt. Ich hatte das glaube ich schon mal irgendwann gesagt. Da hatte ich damals das Klick und habe die Dose bekommen. Und die alten Dosen sind immer noch die schönsten Dosen. Ja, das hier ist der Frankenstein-Plug von Jens. Sehr, sehr geiles Zeug. Da werde ich wahrscheinlich im Anschluss auch nur mal wieder ein Pfeifchen damit stopfen. Also kann ich jetzt nichts viel weiter dazu sagen. Wie gesagt, ist von Jens eine Eigenmischung gewesen. Bentley The Classic One. Hatte ich damals mal geraucht. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Dann gab es einen Ausverkauf in meinem Pfeifenladen des Vertrauens in Erfurt. Da habe ich dementsprechend glaube ich dann ein oder zwei Dosen gleich mitgenommen. Und habe die hier zusammen gemischt. Ihr seht auch schon. Der ist auch ein bisschen älter. Aber hoffentlich in diesen Dosen noch ganz gut erhalten. Peterson Limited Edition 2013. Einer der wenigen Petersen Aromaten, den ich noch aufgehoben habe. Ich habe mich mittlerweile von diesen Aromaten ein bisschen abgewendet. Also es tut mir leid. Da finde ich irgendwie keine Freude mehr dran. Vielleicht kommt mal wieder ein richtig guter. Keine Ahnung. Also ich rede jetzt von den ganzen klassischen Weihnachtsmischungen und was weiß ich. Ähnlich wie das Zeugs. Ja, da muss ich mal wieder beeindruckt werden, bevor ich da wieder anfange mehr zu kaufen. Obwohl uns der ein oder andere noch begegnen wird. Wir kommen zum nächsten Schub. DTM Salty Docks. Auch von 2014. Da kam er glaube ich gerade raus. Bin ich ganz sicher. Sehr geiler Plug. Kann ich nur empfehlen. Aber ich trockne den Libofo ja immer noch ein bisschen. Bevor ich mir eine Pfeife damit stopfe. Gerd Janssens Pfeifendepot. Wissen wir ganz genau. Verwirkt sich der Bombadonius dahinter. Sein Vaporizer. Virginia Perique Plug. Auch sehr geiles Zeug. Also typischer Virginia Perique. Da würde ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Hier haben wir den Saviemieli Leonardo. Ich gebe es zu. Ich habe ihn nur gekauft wegen der Dose. Der Aromat selber ist aus meiner Sicht ein bisschen langweilig. Obwohl er ganz gut funktioniert. Moment. Ich greife mal vor. Aber in das Fach kommen wir gleich noch. Ich hatte eine Idee. Jetzt warte ich mir nahezu zum gleichen Zeitpunkt neben dem Saviemieli Leonardo den Cornel & Deal Da Vinci gekauft. Und die in Verbindung. Dass man praktisch ein Leonardo Da Vinci draus macht. Die war richtig gut. Die war richtig gut. Also deswegen habe ich den noch aufgehoben. Wenn dann mische ich die immer gerne. Weil der Aromat an sich war mir ein bisschen langweilig. Und mit so einem Hauch Latakia kann man das ganz gut aufpeppen. Ja. Dann hier der ganz normale Red Race Halo The Wind. Keine Ahnung. Halo The Wind. Halo The Wind. Halo The Wind. Guter Tabak. Aber ihr seht schon. So viel habe ich da nicht raus geraucht. Ist aber auch älteres Schätzchen. Wo ich hoffe dass er mit dem Alter nicht schlechter wird. Sondern eher besser. Und hier. bei Sentimentalität hebe ich meine ganzen Rechnungen auf. Von Smoking Pipes. Also ihr seht schon da ist einiges drin. Und ganz unten einfach nur um ihn. Ihr seht schon Candle Tobacco. Um ihn ein bisschen zu pressen. Also dass die Dose nicht aufgeht. Jetzt sind schon ein paar Rechnungen zusammengekommen. Ähm. Den Lakeland Dark. Habe ich jetzt auch mal probiert. Also ich tue dann einfach hier oben so die Rechnungen drauf. Und dann den Deckel. Um das alles so ein bisschen zu stabilisieren. Ja. Das funktioniert natürlich unter der Kamera wesentlich besser als vor der Kamera. Ja. Das waren die. Gehen wir weiter. Hier haben wir Cornel & Deal. Habana Daydream. Und in dem Atemzug den Cornel & Deal Billy Budd. Beide mit Zigar Leaf. Hier hatte ich aber glaube ich einen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich noch bekommen Old Joe Kranz. Und ich habe gedacht ich habe die Old Joe Kranz Dose in der Hand. Und habe meinen Old Joe Kranz hier mit reingemischt. Also das ist jetzt nicht mehr der Habana Daydream. Sondern eine Mischung aus dem Habana Daydream mit Old Joe Kranz. Äh. Ja. Ich werbe dann irgendwann mal kosten. Und bin gespannt ob es schmeckt oder nicht. Ähm. Haunted Bookshop. Muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also ich fand diesen Burley wirklich krass. Ähm. Aber es ist was besonderes. Also es ist wirklich wenn man sich dran gewöhnt. Ich würde eher sagen kleine Köpfe. Weil in einem großen Kopf kann es sein, dass es einem die Schuhe auszieht. Also mir geht es zumindest so. Ähm. Trotz alledem. Ich finde den Namen klasse. Cornel & Deal sowieso immer ganz große Hausnummer. Zumindest für mich. Ähm. Ja. Hat mich am Anfang ein bisschen abgestoßen. Dann irgendwann habe ich dann doch den Sinn dahinter begriffen. Äh. Was sich da eigentlich hinter verbirgt. Und äh. Hab ihn dann immer mehr ans Herz geschlossen. Also von mir auch eine bedingte Empfehlung für wohl eher dann. Ja. Die erfahrenen Raucher. Sag ich es mal so. Äh. Noch eine Schippe mehr. Beim Old Joe Kranz. Der ist äh. Noch eine Spur derber finde ich. Als der 100 Bookshops. Sind auch nahezu identisch. Also nahezu. Dann äh. Raspberry Cream. Von Boswell. Und der Dance Blend. Äh. Boswell für mich immer noch einer. Eines der Highlights wenn es um Aromaten geht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ihr seht aber auch hier schon das äh. Etikett ist schon ein bisschen nachgedunkelt. Das war mal weiß. Also ich weiß nicht was sieht alles rein mehr. Und ich vermute mal das ist einfach das äh. Glözerin was auch diesen Tabak so lange feucht hält. Weil das sind auch Tabake von 2013. Und der ist immer noch äh. Feucht. Also da ist nix trocken oder sonst irgendwas. Deswegen äh. Naja. Also die Amerikaner dürfen da wohl. Ein bisschen mehr rein mischen. Ja und jetzt kam schon. Das ganze Aroma hier rüber. Dann äh. Den Countryside. Da hatte ich mir noch ein bisschen was bestellt. Ist nicht schlecht. Kein schlechter Engländer. Aber der Northwoods ist wirklich um Längen besser. Äh. Dann. Ganz großes Thema bei mir. Frog Morton. Ist für mich mit einer. Also eine der geilsten Serien. Die äh. MacLelland rausgebracht hat. Hier jetzt der Frog Morton on the Bayou. Mit äh. Ein bisschen mehr Perique drin. Ähm. Wer es mag. Ist okay. Ich bevorzuge dann eher den ganz normalen Frog Morton. Ähm. Die anderen hatte ich soweit noch nicht äh probiert. Aber zu denen kommen wir dann noch. Und natürlich äh. Ja. Die Idee dahinter. Das Dosendesign. Äh. Trifft bei mir natürlich. Voll ins Schwarze. Aber wie gesagt. Wir kommen dann gleich noch dazu. MacLelland Anniversary. Auch wieder eine sehr sehr schicke Dose. Kann ich auch mal schnell holen. Kleinen Moment. Also. So sieht die Dose aus. War noch Papier drum rum. Äh. Jetzt sehen wir noch 2014. Mit einem Wachssiegel obendrauf. Habe ich auch noch irgendwo liegen. Ähm. Fand ich wie gesagt. Eine sehr geile Dose. Und. Ein exzellenter Tabak. Also. Schmeckt mir persönlich sehr sehr gut. Ist glaube ich nur ein Hauch. Ein Hauch Latakia drin. Wirklich nur zur Unterstützung. Äh. Absolute Empfehlung. Von meiner Seite. Das haben wir hier. Ja. Das Gif Mixture. Von Gavis. Ähm. Ja. Einer der Standard Engländer würde ich mal sagen. Von Gavis. Schmeckt mir sehr gut. Ist aber nichts. Wo ich jetzt äh. Sage ist sowas ganz ganz schlimm. Also gewöhnlich ist. Die Gavis Tabakia an sich. Sind für mich alle so ein klein wenig herausragend. Also. Ich habe da glaube ich noch keinen erwischt. Der wirklich. Ja. Wie soll man da sagen. Schlecht war. Also schlecht im Sinne von. Äh. Ging gar nicht. Die hatten alle irgendeinen Hintergedanken dabei. Bei jedem. Ob es jetzt auch der Lakeland ist. Oder ob es der Bothy Flake ist. Selbst wenn die da eventuell mal ein bisschen stärker ausfallen. Äh. Sir Walter Raleigh. Ähm. 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 Kann man mal. Äh. Ist so ein OTC. Also Over the Counter Blend. Ich weiß nicht. Was würden wir sagen. Tankstellen Tabak würden wir wahrscheinlich sagen. Ähm. Bei den Amis. Pff. Nicht so meins. Würde ich jederzeit den Carter Hall bevorzugen. Sag ich ganz ehrlich. Er ist nicht schlecht. Ist jetzt aber nichts Besonderes. Und ähm. Der Carter Hall ist da aus meiner Sicht wesentlich besser. Also. Nicht dass ihr den nicht unbedingt probieren müsst. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt zu entscheiden. Carter Hall oder Sir Walter Raleigh. Würde ich dann eher den Carter Hall bevorzugen. Lane Limited BCA. BCA steht in dem Fall für Bleckgewendisch. Ähm. Ähm. Ja. Macht einen Haken dran. Ist genau das was drauf steht. Kann man jetzt nicht sagen. Dass es ein schlechter Tabak ist. Es ist halt nur ein Bleckgewendisch. Ein reiner Bleckgewendisch. Zum mischen. Eventuell zum Purrauchen ist mir das äh zu langweilig. Nicht zu viel. Sondern einfach nur zu langweilig. Ähm. 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 Da habe ich jetzt nichts wahrer zu sagen. Ähm. Im Gegensatz zum Cornel and Deal Pirate Cake. Den habe ich mir auch gut eingeteilt. Also ihr seht schon. Ich habe mir damals äh glaube ich 200 Gramm gekauft. Oder 100 Gramm. 200 Gramm. Da ist auch noch einiges da von dem Crumble Cake. Also einmal die Darreichungsform natürlich als Crumble Cake. Einfach ein Traum. Und äh geschmacklich sowieso ganz großes Kino. Ähm. Ähm. Ich bin nämlich mit einer der liebsten. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt kam schon wieder ein Schwein Latakia rüber. Äh. Ähm. Top. 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 Echt. Ähm. Autumn Evening von Cornel and Deal. Pfff. Ähm. Ähm. Sanfter Aromat. Weiß ich nicht ob man ihn unbedingt haben muss. Er ist jetzt nicht schlecht. Vielleicht mal so für wirklich einen Herbstabend. Ähm. Aber ähm. Hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Also selbst wenn jetzt die Dose leer wäre würde ich jetzt glaube ich nicht in Tränen ausbrechen. Äh. Ja. Also es gibt bessere. Sagen wir es mal so. Von Cornel and Deal. So. Hier kommen wir jetzt schon zu. Ne. Also sind auch noch ungeöffnete dabei. Aber das ist jetzt. Das ist ein geöffneter. Ähm. Ähm. Cornel and Deal. Cross-Aid Cricket. Ein rum automatisierter. Äh. Rum automatisierter. Ja. Rum aromatisierter Latakia. Genial. Also für mich absolut ins Schwarze. Seht ihr das auch schon. Das Ding ist komplett gesättigt hier. Von oben bis unten. Einfach ein geiler Tabak. Ich habe den damals bei Evening so bei einem Kumpel geraucht. Ich habe gesagt den brauche ich selber. Äh. Cornel and Deal. Cross-Aid Cricket. Seht schon. Unsweetened. Black Cavendish. Aber. Rum Punch Flavor. Mit Latakia. Geiles Zeug. Geile Dose. Geile Idee. Geiles Zeug. Und dann kommen wir auch weiter. Fast schon legendär. Der 27er von McClelland. Und ja. Er ist so gut. Er ist wirklich so gut. Dieses verdammte Drecks Zeugs. Entschuldigung. Äh. Sag ich jetzt nur weil er natürlich schwierig zu beschaffen ist. Obwohl bei Smoking Pipes geht das ja alles. Ähm. Mit einer der besten Virginias für mich die es gibt. Äh. Werde ich auch so leicht nicht von abkommen glaube ich. Also mittlerweile nachdem ich jetzt schon mehrere Pfeifen natürlich davon geraucht habe. Ähm. Wahnsinn. Einfach nur. Sehr. Satt. Aromatisch. Also nicht ein Aromatisierer sondern. Komplex. Ähm. Süffig. Ich weiß nicht. Mir gehen dann schon fast die Adjektive aus. Ähm. Einfach ein geiler Virginia. Einfach ein geiler Virginia. So. Gleicher Atemzug. Peter Stockeby's Luxury Bullseye Flake. Wenn ihr die Möglichkeit habt ranzukommen. Äh. Super. Viele vergleichen den immer entweder mit dem Escudo oder mit dem. Äh. Dunhill Deluxe Navy Rolls. Äh. Zwischen dem Escudo, den Dunhill Deluxe Navy Rolls und diesem ist äh. Der Luxury Bullseye Flake der der mir am besten geschmeckt hat. Also die anderen sind auch nicht schlecht. Das sind wirklich nur Nuancen. Kann auch sein, dass jetzt am Ende des Tages rauskommt, dass das eigentlich einem dieselbe Suppe ist. Weiß ich nicht. Aber im direkten Vergleich hat mir der Luxury Bullseye Flake wirklich besser geschmeckt. Muss ich mal so sagen. Vielleicht. Äh. Kann mich auch irgendjemand berichten. Dann noch nicht probiert. Aber trotzdem, äh. Die 160 Gramm Jahrgang 84 jetzt eingeschweißt, damit ich erstmal das guten Gewissens lagern kann. Ähm. Von Jens. Hatte ich. Ja doch. Probiert hatte ich ihn. Aber nicht hier direkt aus dieser Probe. Ähm. Sehr sehr geiler Latakir. Ein schöner All Day Smoke. Ähm. Deswegen kam hier von Jens dann das Paket. Ja. Äh. In dem Zusammenhang auch gleich noch die Vakuumiermaschine empfohlen. Ähm. Super. Funktioniert einwandfrei. Und ich mach's auch immer so. Kann ich euch glaub ich auch nochmal hier zeigen. Dass wenn nicht das Datum unten drauf steht. Wie in dem Fall jetzt 2015. Also bei den Cornell & Deal Dosen ist das Datum immer vermerkt. 12.07.2017. Ähm. Schreibe ich mir das Datum drauf. Am Anfang war ich noch dumm. Hab nur die Jahreszahl drauf geschrieben. Äh. Vergesst es. Schreib wenigstens noch den Monat dazu. Das heißt jetzt in dem Fall hab ich hier mal dazu geschrieben. Oder steht drauf 3.16. Hm. Vielleicht noch von äh von Jens. Aber ich hatte das vorher auch schon so. Mal schauen mal weiter. Vielleicht war ich auch hier clever. Ne. Bei dem hab ich's nicht gemacht. Äh. St. Bruno Ready Rubbed. Ihr seht noch eins von den spanischen. Weil ich mich damals gefreut hab, dass ich ihn bekommen hab. Mittlerweile ist er ja auch bei uns erhältlich. Äh. Äh. Werde ich nichts weiter zu sagen. Also Ready Rubbed hab ich selber noch nicht probiert. Aber den Flake. Und der Flake ist einfach nur ein Traum. Ähm. Half and Half. Ungeöffnet. Hatte ich mir einfach mal mitbestellt. Weil ich wissen wollte wie er schmeckt. Kann ich euch noch nichts zu sagen. Ähm. 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 Tankstellen Tabak. Bei den Amis zumindest. Bei uns natürlich immer ein bisschen schwieriger ranzukommen. Dann hier noch einige Proben. Die ich selbst noch nicht aufgeraucht hab. Das war glaube ich genau Gabbis. Bob's Chocolate Flake. Und so weiter. Das sind glaube ich eher so die aromatisierten. Ähm. Das müssten noch die. Ja. Ich richte schon die Schokolade bis hier her. Das müssten noch die von äh. Äh. Ähm. Ähm. Dann haben wir hier noch. Das hatte ich mal mitbekommen von Cornel & Giel selber. Den Birben Blö. Dann noch äh. Ein Candle Black. Und. Was haben wir hier noch. Den Curly Block von Peter Heinrichs vermute ich mal. Also auch alles Proben. Also Proben werden sowieso immer mal wieder auftauchen. Mittlerweile habe ich aber so viel davon. Da ich schon gar nicht mehr weiß wann ich was alles rauchen soll. Oder probieren soll. Ähm. Dann hatte ich mal bekommen. Einen äh. Geageten. Also der ist. Von 2013. Einen geageten Capstan. 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 Capstan Blue. Ähm. Gebacken. Der wurde gebacken. Sehr sehr cool. Also wenn jemand mal mit dem Gedanken spielt. Ähm. Tabak zu backen. Das was ich bis jetzt probiert habe. habe. Oder probieren durfte. Äh. War ich einfach nur begeistert. Das heißt wenn ihr da eine Möglichkeit habt. Probiert es ruhig mal aus. Wahrscheinlich kommt es aber auch drauf an. Äh. Wie man es macht die ganze Geschichte. Das da am Ende was Gescheites bei rauskommt. Jetzt kommen wir schon zu den ganzen geschlossenen Sachen. Ähm. Ähm. Wie alt er ist. Ähm. Beziehungsweise. Ich glaube irgendwann. An irgendeiner Art und Stelle konnte man es. Ähm. Ähm. Raus bekommen. Ja. Ich äh. Weiß es nicht mehr. Hahaha. Dann. Von einem lieben Tabakfreund. Freue ich mich auch sehr. Obwohl ich jetzt ein bisschen Angst bekommen habe. Weil. Ich habe letztens eine Dose. Äh. Pelikan aufgemacht. Also Pelikan. Von ähm. Ach. Wie heißt er. Butera. Von dem Mike Butera. Und die. Also das ist ja jetzt esoteriker Tabakianer. Aber alle werden ja gefertigt bei Germain. Und Germain äh. Verpackt die. Tabakke sehr sehr feucht. Also wenn ihr denkt dass der Gavis teilweise schon feucht kommt. Äh. Die setzen dann auch einen drauf. Und dann fangen die Dosen an zu rosten. Innen drin. Deswegen weiß ich nicht wie gut es ist wenn man ein Germain zu lange einlagert. Keine Ahnung. Äh. Äh. Man müsste es wahrscheinlich mal drauf ankommen lassen. Weil bei meinem Pelikan war dann wirklich unten die ganze Dose komplett verrostet. Und äh. Äh. Also Rost möchte ich jetzt nicht unbedingt rauchen. Ähm. Genauso habe ich jetzt hier die Angst beim Stonehaven. Weil die auch sehr sehr saftig sind normalerweise. Äh. Man kennt es vielleicht noch wer das Glück hatte. Ich hatte es Gott sei Dank noch. Ähm. Damals die äh. Special Latakia Flakes von Germain. Die direkt noch bei äh. J.F. Germain auf der Jersey Insel hergestellt wurden. Ähm. Ähm. Die Verpackung die drin sind. Also dieses dieses Papier. War einfach nur braun. Das sah aus wie wie als hätte sich vollgesogen mit dem Tabaksaft. Und das vermute ich hier mal genauso. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst. Also ich weiß nicht wie lange ich den noch so liegen lasse. Keine Ahnung. Okay. Machen wir weiter. Fangen wir von hinten an. Fangen wir von vorne an. Äh. Ähm. Den Dock Worker. Dann irgendwann hatte ich mir nochmal, ich glaube den hatte ich in Halle gekauft. mit Baron Vanilla Cream. Auch noch geschlossen. Ah. Hier hatte ich es wieder gemacht. 2014. 2014. Da 2014 drauf geschrieben. Charmaine's Brown Flake. Von 2013. Das war auch die Zeit als ich mir den Special Latakia Flake zugelegt habe. Die sind relativ neu. Äh. Vintage Sirian. Ja. Auch kein Datum drauf geschrieben. Aber den weiß ich. Den habe ich jetzt erst vor kurzem gekauft bei Holber. Hatte ich so ein bisschen Bedenken. Weil man ja nicht weiß wie lange jetzt der Vintage Sirian noch anhält. Äh. Artisans Blend. Auch ein guter wohl Latakia. Dann. Escudo. Navy Deluxe. Wie gesagt vergleichbar für mich mit den Dunhill Deluxe Navy Rolls. Oder mit den äh. Luxury Bullseye Flake. My Mixture 965. Dark Flake. Early Morning Pipe. Nochmal. Alle noch geschlossen. Royal Yacht. Royal Yard. Elisabethan Mixture. Zu dem kann ich aber schon was sagen. Weil ich da eine andere Dose habe. Die ist offen. 221 B. Baker Street. Äh. Wie hat es der. Der Dings gesagt. Der Stuff and Things. Äh. Auch noch nicht probiert. 3-Year Majeured Virginia. Also ihr merkt schon das ist so die Dunhill Abteilung. Äh. La Chloria Cubana. Ich weiß nicht mal wer den herstellt. Es ist ein sehr exquisites und komplexes Englisch Blend. Latakia. Das dominates das Blend. Ist joined by Orientals in Perique. To convoy a smoke that will take your pallet through a whirlwind of inputs. Aha. Also ein Wirbelwind. Naja. Ich fand halt nur die Dose schön. Das war damals das Experiment ob es bei Smokingpipes noch funktioniert. Ähm. Hearth and Home. Oder Hearth. Hearth and Home Black House. Äh. Nachgemischt. Also ich habe es wieder drauf geschrieben. 0517. Nachgemischt nach dem Balkan Soprani. Aber. Nach dem. Ähm. Da muss stehen. Äh. 7,59er. Balkan Soprani. 7,59er. Da haben sie damals sogar den Preis gewonnen. Und. Weil das so gut angekommen ist. Hat er dann praktisch als White Knight. Noch den. Smoking Mixture. War das glaube ich in dem Fall. Den weißen. Äh. Nachgebaut. Sollen sehr gute Latakias sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Aber ich freue mich schon drauf. So. Wieder was deutsches. Äh. Devil's Holiday. Da hatte ich die anderen Dosen schon durch. Mich ärgert es natürlich. Also ich habe die Original Dose noch. Gott sei Dank. Weil das ist. Äh. Graues. Da geht das irgendwie ein bisschen unter. Aber ich verstehe es. Dass ihr da in Pipe so reagieren müsst. Äh. Äh. Devil's Holiday. Absolut zu empfehlen. Immer noch einer meiner Lieblingsaromaten. Aber wirklich auch. Ein Aromat durch und durch. Also. Wenn ihr hier die Dose aufmacht. Da schlägt es euch. Den Geruch schon um die Ohren. So. Dann haben wir noch. Eine große Dose. 27er. Äh. Äh. Von 2013. Also noch weiter majeured. Mit Jured. Mit Jured. Mit Jured. Mit Jured. Also weiter geaged. Freue ich mich schon drauf. Wenn ich die dann öffnen kann. Kann. Darf. Will. Möchte. bitte. Äh. Blackwoods Flake. Genau dieselbe Spaß. Kann ich mal gucken. 2015. Noch nicht ganz so alt. Und die Christmas Sheer aber von. Limited Edition. 2015. Ja. So weiter geht's. Ähm. Den Coniston Cut Plug. Hatte ich auf der Winter Tabak bekommen. Vom. Äh. Vom Santi. Vom Arcadia Stand. Noch nicht probiert. Ist so irgendein Prototyp. Keine Ahnung. Ja. Dann. Samuel Gavis. Chocolate Flake. Hatte ich damals eine Probe. War absolut begeistert. Ähm. English Summer. Noch nicht probiert. Aber ich fand den Springtime so gut. Deswegen hab ich mir natürlich. Scottish Autumn. Die komplette Serie bestellt. Wintertime. Ähm. Äh. Caddy's Mixture. Soll angeblich der bessere Three Nuns sein. Worte so gesagt. Ähm. Bosse Flake. Probiert. Ähm. Ja. Fand ich jetzt nicht schlecht. Deswegen hab ich mir jetzt gleich noch mal eine Dose davon nachgekauft. Äh. Aber auch nicht unbedingt für jemand mit äh. einem leichten Geschmack. Dann. Ich habe mal jetzt noch mal eine Dose davon nachgekauft. Mal wieder den Special Latakia Flake äh gekauft. Äh. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin. Ob er überhaupt noch von Jarmains gefertigt wird. Ich glaub zwischenzeitlich ist er mal von äh. äh. Mac Barron gemacht wurden. Ähm. Ich weiß es nicht. Also hier steht jetzt auch wieder drauf. Manufactured by J.F. Jarmains & Sons. Äh. Jersey British Isles. Ähm. Hoffen wir mal drauf. Hoffen wir mal drauf. Dass er von denen kommt. Ähm. Eine ältere Dose wurde mir damals von äh. Ne. Der wurde mir nicht empfohlen. Den habe ich gesehen bei äh. Beim Holy Smoking Pipe Hatre. Äh. Black Mallory. Red Rays. Keine Ahnung. Kann ich noch nichts zu sagen. Den habt ihr eben oben lose gesehen. Frog Morton on the Bayou. Wie gesagt sehr sehr geile Dosen. Geht mir das Herz auf. Aber gehen wir es mal weiter. Äh. Navy Flake. Eine 100 Gramm Packung. Soll aber schon ein älteres Schätzchen sein. Auch wenn ich jetzt hier drauf geschrieben hab wann ich ihn bekommen hab. nämlich 0,917. Hatte mir ähm. Ähm. Rolli gesagt. Also ich hab den von Rolli geschenkt bekommen. Von einem Pfeifenfreund. Dass der doch schon ein bisschen älter ist. Das Schätzchen. Keine Ahnung. Wer mit dem oben was anfangen kann. Mit dem Code. Könnt ihr es mir vielleicht unten sagen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Dann haben wir den Black XX. Von Gavis. Äh. Dann einen der besten Kirscharomaten. Den Black Sherry. Von Gavis. So. Was haben wir hier noch. Red Race Stirling Flake. Fragt mich bitte nicht. Der Stirling Flake hat glaub ich irgendeinen Peterson abgesetzt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaub irgendwie so war das. Ähm. Den Pipe Tobacco Flake Nummer 2. Hatte ich in der alten Tabakstube mitgenommen. Und zwar. Ähm. In Stuttgart. Genau. Als wir in Stuttgart waren. Waren wir in der alten Tabakstube. Und da hab ich mir den mitgenommen. Dann noch eine 100 Gramm Dose Old Dark Fired. Sehr sehr geiler Tabak. Brauch ich aber nicht viel zu erzählen. Weil den kennt ihr sicherlich alle. Ähm. Daffidorf Royalty. Keine Ahnung. Noch nicht probiert. Hatte ich mir in Weimar gekauft. Dann. GLP's. Headless Delight. Alle noch ungeöffnet. Und. Ja doch. Kommen wir einfach mal zu denen. Also. Für mich wirklich mit. Die schönsten Dosen Designs. Das ist jetzt der Frog Morton on the Town. Noch ungeöffnet. Auch. Ja. Also ich hab 2014 drauf geschrieben. Aber ich glaub der Stempel. Sagt 2013. Auch ein älterer. Dann. Ja. Frog Morton across the pond. Selber Spaß. 2013. Auch noch ungeöffnet. Dann ungeöffnet. Aber ich habe ihn schon in einer kleinen Dose genießen dürfen. Der normale Frog Morton. Für mich mit einer der geilsten. Leider hat die Dose hier einen mitgekriegt. Aber. Gut. Herrgott. Das kann man immer noch ausbeulen. Weil ich wie gesagt. Würde dann auch die Dosen weiter sammeln. Weil ich die Dosen sehr schön finde. Und dann wohl der angeblich beste Frog Morton's Cellar. Bei mir auch noch ungeöffnet. Mit. Irgendwo da drin. Soll sich ein Stück Holz verbergen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn ich den mal rauche. Dann. Relativ neu. Bekommen. Stonehenge Flake. Cornel and Deal. Ne. GLP's. Aber. Na gut. Das Rezept von GLP's. Umgesetzt dann von Cornel and Deal. Hoffentlich wird er ein bisschen besser. Wenn er älter ist. Also ich weiß nicht wie er ist. Aber es wurde mir halt gesagt. Lieber ein bisschen reifen lassen. Ähm. Jackknife Plug. Ich glaube den habe ich auch schon etwas länger. Ja. Kann ich euch nicht sagen wann. Habe ich aber damals gekauft. Ähm. Ich habe gerade gesehen. Unten stehen schwarze Franken drauf. Damals gekauft. beim Urs Portman. Ähm. War das der schon. Ne. Classic Burley Cake. Von Earth and Home. Weil. Ja. Burley halt. Und den habe ich mir wirklich nur gekauft. Wegen dem Namen. ähm. Frenchies. Sons of bitches. Äh. Äh. Ja. Wer das englische mächtig ist. Weiß dann jetzt so ungefähr. Was da gemeint ist. Earth and Home. Ja. Hier kommen wir dann schon zu meiner. Äh. Äh. Täglichen. Äh. Zu meinem täglichen Schub. Haha. Also da wo praktisch alles offen ist. Was drin ist. Was ich halt so in meiner normalen Rotation habe. Wie seht ihr schon als erstes. Äh. Und derzeit rauche ich sehr gerne den. Elizabethan Mixture. Ähm. Sehr schöner Virginia Perique. Ein bisschen pfeffrig. Meister am Ende hin. Aber. Der raucht sich so einfach weg. Ähm. Ja. Wahrscheinlich auch durch den Feinschnitt. Absolute Empfehlung von mir. Dann. Eben schon gezeigt. Den. Da Vinci. Von Cornel and Deal. Auch gern zum mischen. Weil das ist glaube ich hier. 75% Latakia. Also Heavy Latakia. Hier steht es auch drauf. Äh. Kann ich auch so nur bestätigen. Das ist einfach nur. Einfach nur. Sehr 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 dunkle Bursche. Auch wenn noch sehr viele Anteile noch mit von Braun hat. Äh. 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 Latakia Freunde aufgehorcht. So. Dann. Dann. Können wir gleich mal beiseite tun. Mein. Keen Spahn. Da riecht schon wieder. Es hier her. Nehme ich gerne zum Anzünden in der Pfeife. Auch wenn jetzt die Puristen wahrscheinlich schon wieder aufschreien. Hehehe. Hehehe. An der Stelle nochmal vielen Dank an Chris. An den BFG. An der Picknick habe ich damals mal als Probe gehabt in einem Paket. Ähm. Brauche ich mich immer noch so ein kleines bisschen dran lang. Also da ist aber nur noch ganz 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 wenig drin. Ich glaube vielleicht noch für eine. Für eine Pfeife reichend. Ja gut. Vielleicht noch für zwei. Werden wir sehen. Ähm. Muss ich aber auch sagen. Ist mir bei dem aufgefallen. Ähm. Dass. Mit der Zeit. Wenn er ausgetrocknet war. Er besser geschmeckt hat. Also auch wenn man da Angst hat. Oh mein Gott. Äh. Das kann ja jetzt gar nicht mehr schmecken. Der ist ja komplett trocken. Probiert es einfach mal. Also bei dem war es wirklich so. Dass er ihm absolut gut getan hat. Dass ich den so lange offen hatte. Äh. Und wenn man den trocken raucht. Ist es ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also erst da hat er mir richtig gut geschmeckt. Ähm. Dasselbe Spaß noch beim Tumbling Dice. Da ist auch nicht mehr viel drin. Auch lieber was. Was ich ein bisschen trockener genieße. Ähm. Ähm. Also meistens wenn es mir ein bisschen zu viel ist. Äh. Trockne ich sie dann doch eher aus. Dann. Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Genauso wie die Nummer 27. Mississippi River. Vom Seattle Pipe Club. Ähm. Geiles Zeug. Wenn ihr die Möglichkeit habt ranzukommen. Ihn zu probieren. Es gab zwischenzeitlich wohl mal leichte Qualitätsprobleme. Habe ich jetzt nachgelesen. Äh. Mittlerweile sind sie wohl wieder auf Kurs. Ähm. Einfach ein geiler Tabak. Ich hab den auch irgendwann mal in so eine Tüte reingemacht damit hier nichts weiter passiert. Einfach ein geiler Latak hier. Definitiv. Also ein schönes rundes Bonbon. Jetzt auch nichts was überfordert. Ähm. Scotney. Hatte ich probiert. Das war glaube ich der mit. Äh. Ja. Also auch bei Bormadonios gekauft. Ähm. Das war glaube ich der mit Tomatenflavor. Kann das sein. Also Tomatencasing. War ok. Aber jetzt nichts irgendwie welbewegendes für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid. Ähm. Dunhill London Mix schon. Selber Spaß. Ähm. Dunhill lässt sich easy rauchen. Also es ist ein sehr schöner Schnitt. Ist ein standardmäßiger Latak hier. Habe ich jetzt nicht irgendwie was besonderes rausgeschmeckt. Äh. Ist jetzt kein schlechter. Aber auch nicht ein weltbewegend guter. Ähm. Die Dunhill Tabak im allgemeinen sind halt. Wie ich finde sehr gut. Kann aber auch sein dass man den Namen mitkauft. Nightcap. Ja. Schon fast legendär. Ich sag da. Brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ähm. Definitiv auch mit einer meiner Lieblings Latakias. Dann. Ähm. Choo Choo Train. Sehr sehr geiler. Äh. Irish Oak dafür umso besser. Ähm. Das lassen wir mal draußen. Ähm. Die letzten Proben die eingetrudelt sind. Da würde ich euch einfach bitten dass ihr euch mal das Unboxing anschaut. Weil bevor ich die jetzt alle hier einzeln raushole. Ähm. Das sprengt glaube ich dann den Rahmen. Weil da sind in jeder Dose nochmal. Keine Ahnung. Sechs, sieben einzelne Proben drin. Ähm. Dann ähm. Probiert. Ähm. Vincent Manil. Poor Samoy. Ja. Der kommt auch sowas von Arsch trocken. Aber das wusste ich. Ähm. Schon fast ein legendärer Tabak. Und ja. Er ist. Es ist wirklich was besonderes. Also. Ich. Ich habe vorher noch nie so einen Tabak geraucht. Ich kann es nicht sagen was es ist. Man kann einfach nur sagen versucht an ihn ranzukommen. Probiert ihn. Ähm. Samoy ist Samoy. Also es ist ähm. Es ist halt ein reiner Börli. Aber so in der Form hatte ich den vorher auch noch nicht. Also Empfehlung ja. Aber am besten so mache ich es zumindest riesige Köpfe. Wenn es geht. Weil der raucht sich schneller weg als ihr Hoppla sagen könnt. Dadurch dass der so trocken ist. Und so fein geschnitten ist. Riesige Köpfe. Und. Extrem verdichten. Also wirklich richtig mit dem Daumen rein drücken. Und richtig wirklich. Also so komme ich am besten damit klar. Dass ihr wirklich extrem viel Tabak in dem Kopf habt. Ähm. Und dann könnt ihr in dem auch eine halbe oder dreiviertel Stunde rauchen. Wenn ihr das nur lose packt. Oder im kleinen Kopf nehmt. Ist das eine Sache von Minuten. Und dann habt ihr ihn durch geraucht. So Latakia Flake. Selbst noch nicht probiert. Hatte ich letztens mitbekommen. Aber freue ich mich schon drauf. Weil die HH Serie hat normalerweise geklänzt. In letzter Zeit. Richmond Navy Cut war mir ein kleines bisschen zu sauer. Muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt kein schlechter Virginia Perique. War mir aber ein kleines bisschen zu sauer. Ähm. Ist es überhaupt Perique. Kann ich nicht mal sagen. Ja. Werde ich vielleicht noch ein bisschen trocknen lassen. Mal sehen was passiert. Also auch nicht dass ihr euch wundert. Wir kommen gleich noch dahinter. Was das hier oben nochmal für Zeugs ist. Was ihr da drauf seht. Mein letzter Loser Rest. Von Northwoods. Also muss ich mir nicht aufheben. Sondern es ist einfach nur hier so drin. Ich habe da noch ein paar andere Dosen. Hier noch eine Rechnung von Smoking Pipes. Die gehört eigentlich oben hin. So. Dann haben wir hier. Ähm. Den Brown No. 4. Sehr guter. Von Gavis. Den Sam's Flake. Da war glaube ich Tonka Bohnen mit dran. Sehr sehr geiler. Äh. Tabak. Von Gavis. So eine leichte Süße drin. Durch die Tonka Bohnen. Errenmoor Flake. Ja. Brauchen wir nicht mehr großartig was dazu sagen. Und noch eine alte Dose. The Rose and Crown. Ich glaube der wird mittlerweile nicht mehr hergestellt. Bin ich mir aber auch nicht sicher. So. Und. Mein 1-Manner Tabakmesser. Das ist jetzt mein Heidi. Wie ihr seht schon da ist auch noch ein bisschen was dran. Mit einem Priere Holzgriff. Wollte ich nochmal festhalten. So. Weiter geht's. Hier noch geschlossen. Der Cornel & Deal. Private hier. Kann ich noch nichts zu sagen. Ganz frisch. Ist vor ein paar Tagen gekommen. Genauso wie der SeaDocs. Fand ich eigentlich nur die Dosen. Sehr sehr schick. USS Mason. Von Kai. Grüße an der Stelle. Und nochmal vielen vielen Dank. Probiert. Fand ich klasse. Also ich bin sowieso immer ein Freund von aromatisierten Latakia Mischungen. Hier in dem Fall aber mit Brandy. Wir hatten ja eben den Cross-Eyed Cricket mit Rum. Das ist jetzt einer mit Brandy. Ich habe den Brandy jetzt nicht so großartig rausgeschmeckt. Muss ich aber ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht ob das jetzt daran liegt. Weil der schon ein bisschen länger offen war. Keine Ahnung. Aber trotzdem immer noch ein kleiner Tabak. Ähm ja. Genauso wie der Rest von Kai. Ich habe das mal umgebracht. In einer Dose. Bitte schaut da wirklich das Unboxing Video. Merkos Mischung Nummer 61. Ähm. Ist ein. Ja. Sagt man da. Ein Coin. Coin Tabak. Orlick Golden Slice. Einer meiner ersten damals. Von 2012. Genauso wie die Ehrenmoor Mixture. Das ist übrigens aber noch die von Orlick. Da wurde der Ehrenmoor noch bei Orlick verricht. Seht ihr auch von 2013. Also das sind meine allerersten noch. Die ich noch so aufgehoben habe. Ähm. Peter Heinrichs Reserve Crew Nummer 4. Karamell. Karl Eric Sherry Nummer 15. Ähm. Hat mir auch sehr gut geschmeckt. Muss ich zugeben. Also einer der guten Kirschtabake. Die Nummer 11 Vanille. Ja. Kann man sich jetzt drüber streiten. Der Harlequin von Winslow. Auch ein sehr sehr guter. Also Kohlhase kann natürlich auch gute Aromaten machen. Es gibt auch welche die mir schmecken. Aber ich weiß nicht. Ich hatte hier mal eine Petersen Mischung dazwischen. Die hat es mir so ein bisschen verdorben. Der McBaron Cube Silver. Äh. Da steht übrigens 2012 drauf. Weil der. Den hatte mir die Frau Bessler. Also von meinem Tabakhaus hier in Air Force. Die Frau Bessler hat mir den geschenkt. Weil ich gesagt habe ich würde den gerne kaufen. Und dann hat sie gesagt. Der ist so trocken. Den kann ich Ihnen nicht mehr verkaufen. Ich schenke Ihnen den. Und ich habe den dann wieder rehydriert. Dann haben wir alles wieder schickt. Ob er natürlich jetzt noch so funktioniert. Weiß ich nicht. Ähm. Das ist der House of Smoke Vanille Orange. Der ist aber sehr sehr mandarinig orangeig. Ähm. Wer es mag. Auf alle Fälle. Mit dem Bibo. Kann der nicht mithalten. Aber trotzdem. Ein sehr guter Orangenaromat. Das sind eigentlich so noch die letzten Aromaten die ich von damals hatte. Ja. Hier seht ihr schon. Das ist eher weniger Tabak. Sondern eher mein Verbrauchsmaterial. Also Teilverreiniger. Feuerzeuggas. Benzin. Und halt noch ein paar Filter. Jetzt kommen wir hier zu meiner Dosenschublade. Äh. Da ist eine Mischung drin aus gebraucht. Also gebraucht sei schon. Aus geöffneten, nicht geöffneten. Wir haben hier den Molto Deutsche. Das ist ein Aromat par excellence. Also da knistert es bei euch in der Pfeife wenn ihr den raucht. Der ist auch dunkel wie die Nacht. Ähm. Ja. Muss man nicht haben. Ist wirklich als würdet ihr Zucker rauchen. Also das ist wirklich als würdet ihr reinen Zucker rauchen. Aus meiner Sicht. Dann. Aber das Gegenteil davon. Äh. Wie ich finde ein sehr sehr guter Aromat. Aber denke ich mal auch von Kohlhase. Der Huber. Äh. Diablo Nero. Kriegt von mir wirklich auch eine Empfehlung. Ähm. Schöner, süßer, nussiger Tabak. Dann. Ein absoluter Irre. Mit einem leichten. Ja. Plumenaroma. Ähm. Merkers Mischung. Nummer 15. Auch gut. Kann ich empfehlen. Durchaus. Bei mir ist es immer so. Weil mir ist es immer so. Wenn dieses Plumenaroma. Dieses Florale. Äh. Zu viel wird. Wie beim Sissinghurst zum Beispiel. Ähm. Ging bei mir gar nicht mehr. Der hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Dann. Die sind noch ungeöffnet. Also hier sieht man schon. My Own Blend. Äh. 800. Die Nummer 45. Bei ähm. Bombardonius. Beim Franz. Dann die Nummer 81. Von Franz. Selber noch nicht probiert. Ähm. Sehr geiler Tabak von äh. Hans Wiedemann. Der Nashville County. Kann ich auch nur empfehlen. Absolut. Einmal meine Lieblinge. Genauso wie der Directors Cut. Immer wieder eine Freude. Dann noch nicht probiert. Chateau Henri Nummer 56. Noch nicht probiert. Peter Heinrichs Nummer 153. Kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Habe ich mir damals mal gekauft. Äh. Ist schon ein bisschen länger hier. Ihr seht das auch hier. 2014. Genauso wie Peter Heinrichs Nummer 110. Ich glaube einer davon ist dieser Dark. Dark Twist. Irgendwie. Oder so. So. Wir kommen jetzt wieder in die Ami Ecke. Äh. Premium Aromatic. McClelland. Paleo Mine. noch geschlossen. Der Navy Cavendish. Mit Jude von McClelland. Der Night Train. Von Cornel & Deal. Dann. Der Bowleck Bear. Von Cornel & Deal. Äh. Ihr seht auch viele Sachen sind da schon sehr. Mit der Kier lastig. Obwohl. Da ist auch viele Virginia dabei. Der Bijou. Auch wird eine sehr schöne Dose. Gefällt mir richtig richtig gut. Der Speakeasy. Navy Blend. Der Blockade Runner. Auch Rom. Also typischer Navy. Gewändeschalt. Crumble Cake. War glaube ich einer der Lieblinge von äh. Von äh. Wolfgang von Wohi. Und der Brigadier. Von Cornel & Deal. Zudem kann ich wie gesagt nichts weiter sagen. Weil die sind alle noch geschlossen. Ja. Hier unten seht ihr so ein bisschen auch mein Reinigungsfach. Werkzeugfach. Pflegefach. Und das ist übrigens das was ihr an den Dosen gesehen habt. Das ist der Power-Film. Den kann man dementsprechend hier oben abschneiden. So wie man ihn braucht. Dann lang ziehen. Dann hat er so eine. Ja. Bisschen klebende Wirkung. Äh. In der Hoffnung dass man dadurch die Dosen ein klein wenig verschließt. Dann mein. Normales Weggehfach. Also. Ich schnappe dann einfach nur die Tasche. Hau da zwei Pfeifen rein. Dann ist alles gut. Hier habe ich halt mein. Zigannen Cutter drin. Beziehungsweise Bohrer. Ich habe. Mindestens ein Pfeifenfeuerzeug. Sogar noch ein paar mehr. Hier noch ein normaler Cutter für Zigannen. Zum Reinigen immer ein paar Tempos. Pfeifenreiniger. Burner. Äh. Bundstücken wenn es da mal sein muss. Und irgendwo. Hier noch. Ein ganz normales Big. Zweites Feuerzeug verbirgt sich auch noch hier drunter. Also. Da brauche ich nicht lange überlegen. Ähm. Hier habe ich auch. Meine. Jetzt muss ich gucken. So rum. Meine Filter. Ähm. Hier ist das schöne. Ich brauche nicht lange überlegen. Ich haue mir hier einfach zwei Pfeifen rein. Klappe das Ding zu. Mach es zu. Nimm es mit. Alles ist gut. Also brauche ich dann nur noch einen Tabak. Und dann bin ich sofort bereit irgendwo halt hin zu gehen. Wenn ich das möchte. Und hier halt noch irgendwelche anderen Kram. Äh. Feuerzeuge. Äh. Hier wenn ich mal. Zigarren mitnehme. Dass man einfach nur. Was hat wo man es rein tun kann. Ähm. Stopfer. Ja. Alles was man halt braucht. So brauchen. Letztes Fach. Ganz oben auf. Ich habe gerade frisch bekommen. Auch vom Kai. Der Tag. Äh. Dörpenberger. Habe ich jetzt erstmal ein Vakuumürt. Damit ich mir ein bisschen Zeit lassen kann. Bis ich dann äh. Äh. den vorknüpfe. Freue ich mich aber auch schon sehr drauf. Noch mal vielen Dank Kai. Ähm. Ganz frisch bekommen. Den Old Joe Kranz. Aber jetzt als White Label. Keine Ahnung was sich darunter verbirgt. Mal schauen. So. Und machen wir weiter. Ähm. Gold of my soul. DTM. Sollte auch bekannt sein. Genauso wie der St. Bernard Flake. Hier hat mich wirklich fasziniert. Als ich den damals das erste Mal geöffnet habe. Schlägt einem wirklich schon so ein bisschen Feige. Um die Ohren. Also wie eine Feige. Wie eine essbare Feige. Sehr sehr schöner Virginia Perique. Ähm. Muss man aber auch dahinter steigen. Ich habe auch mittlerweile mitbekommen. Dass ich die Flakes lieber aufrubele. Und nicht mehr äh. Falte. Damit komme ich irgendwie ein bisschen besser klar. Dann nehme ich eh einmal vor uns. St. Bruno. Eigentlich wollte ich nur zwei kaufen. Durch einen dummen Zufall bin ich dann zum dritten gekommen. Haha. Grüße an Ivan. Äh. Bereue ich aber definitiv nicht. Weil wie ich finde ein sehr 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 geiler Flake. Dann der Deep Hollow. Einfach passend zur Frog Morton Serie. Genauso wie der Grey Havens. Das gehört alles noch so mit zu diesen Frog Morton Tolkien Gedöns. Äh. Vintage Syrian. Gleich zwei. Dann eine Dose Robert McConnell. Red Virginia. Also wie gesagt. Das ist alles auch noch geschlossen. Ähm. Ein bisschen. Noch eine Dose. Das sind jetzt die neueren. Die Dosen die ihr eben gesehen habt waren meine älteren Dosen. Von Daniel. Das sind jetzt die neueren. Die hatte ich mir bei Holborn mitgenommen. Ähm. Nightcap. Nadier Dose. Ja genial. Die Dose. 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 Dann aus The Mellow Millard mit einer wunderschönen Dose oder halt The Mellow mit einer Dose, aber der Inhalt ist ja noch der gleiche. Also wohl dem der noch die alte Dose hat von Mellow Millard. Ein Hoch auf unsere Gesetzgebung. Dann der Seattle Plum Padding. Das ist der normale. Ich habe überlegt ob ich den Special Reserve auch nochmal bestelle. Keine Ahnung. Das ist der Special Reserve Mississippi River. Da mache ich ja schon den Mississippi River, aber jetzt halt nochmal den Special Reserve. Ja, da bin ich auch sehr sehr gespannt was sich darin verbirgt. Hier habe ich mich ein bisschen vertan. Da waren wir einkaufen und ich habe gedacht, oh ein Stanville den ich noch nicht kenne. Ich habe den Sun Gold mitgenommen, bis ich dann mitbekommen habe, dass das einfach nur dieser blöde, also er hat sich von hinten auch interessant gelesen. Aber es ist glaube ich nur die Vanille Version vom Stanville und naja. Stanville Tabake, da äußere ich mich jetzt am besten mal nicht dazu. Hier noch eine Jubiläumsedition von Faun. Ein etwas älterer Ehrenmoor Mixture. Ich weiß nicht ob das wahrscheinlich in Belgien ist, keine Ahnung. Aber es ist schon eine Aussage, 11 Euro für eine 100 Gramm Dose. Wenn man das heute noch so hinbekommt, das wage ich mal zu bezweifeln. Made in Denmark bei STG. Ja, Ehrenmoor Mixture. Eine ältere Dose noch vom Sunset Breeze. Da sind die Petersen glaube ich auch noch bei Kohlhause gemacht worden. 26602. Den St. Patrick's Day von 2016. Wo ja hier noch dieser hässliche Aufkleber drauf war. Jetzt seht ihr erstmal was da für ein wunderschönes Bild zutage kommt. Wenn man den blöden Aufkleber mal runter macht. Wenn man den runter machen kann. Den Stanville Jubilee. Soll ein bisschen besser sein, keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht probiert. Jetzt kommen wir zu den letzten. Das sind diesmal wieder Amis. Boswell Premium Burley. Kann ich nichts zu sagen. Ich war einfach nur neugierig. Im Gegensatz zum Beer Blend. Der Beer Blend ist so ein Kirschkaramell. Sehr sehr beller Aromat von Boswell. Genauso wie der Christmas Cookie. Wirklich das auch was drauf steht. Und last but not least der Northwoods. Für mich immer noch einer der besten Latakia Tabake die es gibt auf dem Markt. Und damit sind wir dann auch schon durch. Ja ich werde jetzt hier in aller Ruhe wieder einräumen. Werde mich aber hier schon an der Stelle verabschieden. Ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Wenn ja kann ich immer nochmal ein Video hinterher schieben von meinen zwei Humidorm. Dass ihr auch nochmal die Zigarren gesehen habt. Die ich jetzt noch habe. Und ja. Alle anderen sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer halt. Eventuell bis zum nächsten Mal. Und ciao.